Sébastien Leprestre et Seigneur de Fauban war ein französischer General, Festungsbaumeister Ludwigs XIV und Marschall von Frankreich. Leben Sébastien Leprestre stammte aus bescheidenem burgundischem Landadel. Sein Urgroßvater Emery Leprestre hatte das Dorf und die Herrschaft Fauban erworben, nach der sich Sébastien Leprestre später Marquis de Fauban nannte. Die Leprestre wirkten als Notare und waren in der Land- und Forstwirtschaft tätig. Sébastien Leprestre wurde Anfang Mai 1633 in Saint-Léga-de-Fouché-le-Bei-Avalon geboren, das Taufdatum war der 15. Mai. Seine Eltern waren Urbain Leprestre und Edme Comignolles. Urbain Leprestre führte auf seinen Ländereien im nördlichen Morvan das dort bis dahin unbekannte Veredeln von Obstbäumen durch Fropfen ein. Schon als Schüler im Kolleg der Kameliter in Seymour-on-Auxwar zeigte Fauban eine große Begabung für Mathematik. Im Alter von knapp 18 Jahren trat er als Kadett in das Regiment des Prinzen Kond ein, der ein Vetter von Ludwig XIV. war und einer der führenden Köpfe der Frunde genannten Opposition des französischen Adels gegen die Krone. Hier machte Fauban ersten Erfahrungen im Festungsbau. 1653 geriet er in Gefangenschaft. Kardinal Mazzarin überzeugte den talentierten und vielversprechenden jungen Ingenieursoldaten zum Übertritt in die königliche Armee, in der er bis in die höchsten Positionen aufstieg. Er wurde 1654 Assistent des Marschalls Louis Nicolas de Claville, der ab 1658 der Vorgänger von Fauban als Oberaufseher über die Befestigungen war. Im selben Jahr wurde er bei der Belagerung von Stenay verwundet. 1655 wurde Fauban minus gerade 22 Jahre alt minus zum Ingenieur Ordinär du Roy ernannt. 1656 wurde er nach Verteidigung der Festung St. Gillei bei Mons Kapitän und Company Chef unter Marschall de la Ferte und 1657 leitete er erstmals selbst eine Belagerung. Die folgenden von ihm geleiteten Belagerungen von Greifleins, Juppern und Hudenade trugen zum für Frankreich vorteilhaften Abschluss des Pyrenäenfriedens mit Spanien 1659 bei. In der folgenden Zeit war er mit diplomatischen Missionen beauftragt und auf Empfehlung von Colbert mit der Befestigung von Neubreisach im Elsass. In diesem Zusammenhang kam es zu Vorwürfen der Bereicherung und Unterschlagung, von denen er aber 1671 freigesprochen wurde. 1665 erhielt er eine eigene Kompanie im angesehenen Regiment D.P.K.D. Ein Posten, der damals vor allem auch einen hohen finanziellen Gegenwert hatte, sowohl durch jährliche Einkünfte, als auch durch den möglichen Verkauf des Postens. Im Devolutionskrieg ab 1667 belagerte Fauban erfolgreich Tournee, Douai und Lille, was zum für Frankreich vorteilhaften Abschluss des Friedens von Aachen 1668 führte. Fauban wurde mit dem Ausbau von Lille als Festung beauftragt und löste dank der Protektion von Louvois den Marschall de Claville faktisch als Oberaufseher über die Befestigungen ab. Die Festung von Lille wurde Faubans erstes großes eigenes Befestigungsprojekt und wird auf diesem Gebiet als sein erstes Meisterwerk betrachtet. Er wählte einen geometrischen Aufbau in Form eines regelmäßigen Fünfecks. Und die Arbeiten erfolgten 1667 bis 1671. Fauban wurde Gouverneur von Lille. Ab 1668 erfolgte auch der Ausbau von Dünnkirchen zu einem wichtigen Kriegshafen. Dazu wurde in mehrjähriger Arbeit bei Erbe ein befestigter Kanal durch die vorgelagerten Sandbänke gebaut. Im Holländischen Krieg setzte er bei der Belagerung von Maastricht im Jahr 1673 erstmals die Technik der Parallelen ein. Die er vom Vorgehen der Türken bei der Belagerung von Candia auf Kreta übernahm, die Stadt fiel nach 13 Tagen. 1676 wurde Fauban zum Marischal-de-Camp und 1678 offiziell zum Generalkommissar aller französischen Festungen. Im selben Jahr endete der Krieg mit dem Frieden von Niemegen. Fauban war nun stark in die Befestigung Frankreichs an allen Landesgrenzen eingespannt. 1684 leitete er die Belagerung der Festung Luxemburg. Und danach war er auch noch mit dem umfangreichen Projekt einer neuen Wasserversorgung für Schloss Versailles beauftragt, wofür gegen sein Rad ein 80 Kilometer langes Aquädukt gebaut wurde, das aber aus finanziellen Gründen und Belastungen durch neu ausbrechende Kriege nie fertig wurde. Weitere Projekte waren die ersten Leuchttürme Frankreich 1683 bis 1700 in der Bretagne und umfangreiche Kanalprojekte. 1688 wurde er Generalleutnant. Während des Neunjährigen Krieges leitete er unter anderem die Belagerungen von Mons und Namur. Den höchstmöglichen Rang in der königlichen Armee erreichte Fauban nach Beginn des Spanischen Erbfolgekrieges. Als er nach der Rückeroberung von Altbreisach der letzten Belagerung, an der der 70J-jährige aktiv teilnahm, 1703 zum Marischal D. Franz erhoben wurde. Das war in erster Linie eine Anerkennung seiner Verdienste und wurde von Fauban, der lange darauf gehofft hatte, auch so gesehen. Fauban litt zunehmend unter Krankheiten, besonders eine starke Bronchitis, die ihn schon lange plagte und 1690 ein ganzes Jahr lang zwang eine Auszeit auf seinem Schloss zu nehmen. 1705 folgte die Aufnahme als Ritter in den exklusiven königlichen Eudrede du Saint-Esprit. 1705-06 bot er an, bei der Belagerung von Turin zu helfen, was man aber ausschlug. 1706 zog er noch einmal auf Wunsch des Königs ins Feld nach Nordfrankreich und Belgien. Um den Zusammenbruch der Front nach der Niederlage von Ramilis aufzuhalten. Fauban publizierte zu Beginn des Jahres 1707 anonym die Schrift Poetum Daim Royal, in welcher er eine Reform der Steuern vorschlug, welche besonders die Landbevölkerung drückten und verteilte sie an zahlreiche Freunde und politisch interessierte Bekannte. Fauban trug das Projekt an drei Abenden dem König vor, der es aber nicht weiter verfolgte und es wurde auch durch die Minister abgelehnt. Da es mit seiner gleichmäßigen Besteuerung aller Abgaben in Höhe eines Zehntels auch den bis dahin weitgehend steuerfreien Adel belastete. Die Schrift wurde gleich nach Erscheinen verboten. Durch die Veröffentlichung fiel Fauban am Ende seines Lebens beim König und dessen Ministern zunehmend in Ungnade. Privatleben Fauban heiratete am 25. März 1660 seine Cousine Jeanne Donne, die Tochter des Baron Depiry. Das Paar hatte drei Kinder, zwei Töchter Charlotte und Jean-Francoise und einen Sohn, der schon bald nach der Geburt 1682 verstarb. Fauban war die meiste Zeit des Jahres im Dienst des Königs in ganz Frankreich und den angrenzenden Gebieten unterwegs, wobei er in einem Jahr 5000 Kilometer und mehr mit der Kutsche zurücklegte. 1675 erwarb Fauban die Herrschaft Barzoches mit Dorf und Schloss unweit von Wezelei. Es wurde von ihm zum Landsitz für seine Familie, aber auch zum technischen Hauptquartier mit einem eigens angefügten Atelierflügel ausgebaut. Am 30. März 1707 starb er in seinem Pariser Stadtpalais an einer Lungenentzündung und wurde am 16. April in der von ihm selbst als Familiengrablege an die Pfarrkirche Saint-Elair von Barzoches angefügten Sebastianskapelle begraben. Sein Herz wurde getrennt bestattet und ebenfalls in dieser Kirche beigesetzt. 1793 brachen Revolutionäre die Gruft auf und raubten die Bleisage, um daraus Kugeln zu gießen. Bei Bauarbeiten in der Kirche fand man 1804 die separat bestattete Bleirne mit Faubens Herz. Sie wurde auf Veranlassung Napoleoncy nach Paris gebracht. Am 28. Mai 1808 wurde die Urne feierlich in den Invalidendom überführt. Das eigens geschaffene mächtige Grabdenkmal Faubens in der östlichen Seitenkapelle bildet seither das Pada zu einem Monument für Turenne in der gegenüberliegenden Kapelle, das schon 1800 auf Befehl Napoleons aufgestellt worden war. Wirkung In seinen 56 Dienstjahren hat Fauban schon zu Lebzeiten mit dem Ehrentitel Ingenieur de France belegt, 33 neue Festungen geplant. Für 160 Plätze über 400 Projekte geliefert und unzählige bestehende Festungsanlagen modernisiert. Er ist der eigentliche Schöpfer der Enzente Dfer des Eisernen Gürtels, mit dem Frankreich unter Ludwig XIV. Seine Außengrenzen sicherte. Als sein Hauptwerk gilt die Festungsstadt Neuf-Brisac-Neubreisach. Insgesamt war Fauban am Bau bzw. Um- oder Ausbau von 160 Festungsanlagen beteiligt. Hier ist nur eine kleine Auswahl wiedergegeben. Zitadelle von Arras Arras St. Malo Bayonne Zitadelle von Blay Zitadelle Belfort Besancon Bitsche Breisach Kulmas Kondesur Lesgaut Dünkelchen Entrevo Freiburg im Breisgau Agüno Hamburg Festung Hüningen Forte Belgrade Lepertus Fort Laugard Praz de Mollo La Preste Festung Landau Lichtenberg Zitadelle von Lille Lille Fort Liberia Wilfrench De Conflint Fort Louis Und Gt Lützelsteins Hier unter Petite Pierre Fort und Turm Vorband der Festung Luxemburg Maubeuge Metz Festung Montroyal Neuf-Brisac Palast der Könige von Mallorca Perpignan La Petite Pierre Pfalzburg Festung Philippsburg Marinehafen Rochefort Saint-Louis Saint-Martin-de-Rey Sélestat Strasbourg Thule Verdun und Gt Wilfrench De Conflint Siehe unter Fort Liberia Zwölfe der Festungsanlagen wurden 2008 unter dem Namen Festungsanlagen von Vorband in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbe aufgenommen. Ein Schüler des Festungsbaumeisters V-Bahn war Dominikus Pelli. Feldherren Kunst V-Bahn gilt zu Recht als der bedeutendste Militärarchitekt der Barockzeit. Demgegenüber wird oft vernachlässigt, dass er einen ebenso großen Beitrag zur Belagerungskunst geleistet hat. Als Soldat und Feldherr nahm er an über 50 Belagerungen und 140 Gefechten teil und wurde mehrfach verwundet, so 1667 bei der Belagerung von Douai, was eine auf Portraits sichtbare Narbe im Gesicht hinterließ. Demgegenüber war er nur ein einziges Mal selbst belagert, für eine Woche im Jahr 1677 in Odenade. Das französische Pionierkorps organisierte erneu. Er wurde damit zu einem der geistigen Väter des europäischen Pionierwesens im 18. Jahrhundert und trug wesentlich dazu bei, das seit dem 16. Jahrhundert andauernde Übergewicht der Verteidigung im Festungskrieg zu relativieren. V-Bahn war gegen wahllose Beschießung der Städte mit dem Ziel, sie zur Aufgabe zu zwingen. Er legte auch viel Wert darauf, möglichst geringe Verluste bei den eigenen Soldaten zu haben. Bei Maastricht führte er 1673 dk-Sekunden Angriffssystem der Parallelen ein, bei dem man sich systematisch durch Parallelgräben an die Festungsmauern vorarbeitete, was die eigenen Verluste gering hielt. Er erfand den Ricochet-Schuss, bei dem man die Kanonenkugel vom Boden abprallen ließ, so dass mehrere Ziele getroffen wurden. 1688 vor Philipsburg setzte er ihn erstmals ein. Im Sinne des mechanistischen Weltbildes seiner Zeit erfasste er die Befestigungs- und Belagerungskunst als mathematische Wissenschaft, in dem jeder einzelne Akt einer Belagerung im Detail zu berechnen war. Neben dem eigentlichen Festungsbau befasste sich V-Bahn mit Fragen der Stadtplanung, der Landwirtschaft, des Ackerbaus und der Viehzucht, des Wasser- und Verkehrswegebaus mit Schleusen, Kanälen und Aquerdukten, darüber hinaus auch mit Statistik, Ökonomie, Steuerwesen und Finanzpolitik, Religion und Philosophie, sein besonderes Interesse galt der Verbesserung der Lebensbedingungen für die ärmeren Schichten des Volkes. Ausdrücklich warnte er vor den ökonomischen Folgen der Verfolgung und Vertreibung der Huguenotten nach der Aufhebung des Ediktes von Nantes und veröffentlichte dazu 1689 eine Schrift, in dem er die Rücknahme der Aufhebung befürwortete, obwohl er damit ein hohes Risiko einging. Seit 1699 war V-Bahn Ehrenmitglied der Französischen Akademie der Wissenschaften. V-Bahn veröffentlichte wenige seiner Schriften selbst, legte aber in zahlreichen handschriftlichen Memoirs und Traktaten die Grundlage der unter seinem Namen gedruckten Publikationen. Dazu gehören die zwölf Bände seiner als MES-Eussi-Vetes zusammengefassten Gedanken. Neben der umfangreichen Korrespondenz mit dem ihm vorgesetzten Ministern Louvois und Colbert pflegte er eine ausgedehnte Korrespondenz mit zahlreichen führenden Geistesgrößen seiner Epoche, darunter Literaten wie Rasin oder Fenelon. Veröffentlichungen zu Lebzeiten Memoirs pur serviert instruction dans la conduite des Sieges, Leiden 1740. Trete de la taquet de la defense des Places, Den Haag 1737. Nach Druck in zwei Bänden 1742 weitere Ausgaben V-Bahn-Euvres-Kong-Nongla-Trete de l'Attac des Places, E-La-Trete de la defense des Places. Zwei Bände, Paris, Le Triomphe de la méthode. Le Trete de l'Attac des Places, Den Monsieur, D-V-Bahn-Ingenieur du Roy. Pressenpaar Nicolas Fauch, R.E. Philippe, Prost. Paris, Gallimard 1992, Wikisource. Eusivetes, Herausgeber, Augouillat. Vier Bände 1842 bis 1845. Albert D. Rochas, D. Eigelun, V-Bahn, S.A. Familie, S.E. S.I. S.E. S.E. S.I. W.T.E. S.A. Correspondents. Zwei Bände, Paris, Grenoble 1910. Augouillat. Das Poétun Diximee Royal, Nachdrucke 1708 in Brüssel, 1843 in Paris. Poétun Diximee Royal, Digite-Lei Seine-Gallique. Dem Digitalisierungsprojekt der französischen Nationalbibliothek online abrufbar im Format PDF. Punkt. Faubens 1707 anonym publizierte Schriftprojekt in Diximee Royal wurde zeitweise auch seinem Vetter Boiski-Lebert zugeschrieben. An der Schrift arbeitete er mit seinem Privatsekretär Vincent Rege de Beaumont. Sie wurde gleich nach Erscheinen verboten und alle Exemplare, deren man habhaft werden konnte, wurden vernichtet. An Faubens selbst kam die Polizei aufgrund seiner hohen Stellung nicht heran, seine Urheberschaft war aber allgemein bekannt. Postumveröffentlichungen nach Faubens Tod erschienen unter Benutzung seiner Handschriften. Trete de la Tache die Fans des Places deutsch als der Angriff und die Wertheidigung der Festungen. Trete des Mainz. Trete des Sieges. Euvas Militäres. Memoas Militäres. Memoas in Ediths du Maréchal vs. Urlandau, Luxembourg etc. Punkt. Bei einigen der Faubens zu geschriebenen Werke ist die Urheberschaft zweifelhaft. Es ist nicht klar, ob Faubens jemals ein Lehrbuch über Befestigungen geschrieben hat. Nachwirkung. Gedenkstätten und Museen Faubens Geburtshaus befindet sich im Zentrum der Ortschaft Saint-Léguer-Faubens. Der Ort liegt unweit des Städtchens Avalon im Département Yonne. In dem Fachwerkgebäude mit Innenhof und Renaissancebrunnen kann man sich einen Überblick über Leben und Werk des Festungsbaumeisters verschaffen. Modelle zeigen einige der 300 Festungsbauten, die Faubens plante und ausführte. Außerdem informieren Originaldokumente und persönliche Gegenstände über den Architekten. Faubens Schloss Bad Zorchis befindet sich im Besitz eines Nachfahren und kann besichtigt werden. Unter anderem kann man dort zahlreiche zeitgenössisch eingerichtete Wohnräume, sein Arbeitszimmer, seine Rüstung und ein Modell von Neuf-Brisack sehen. Modelle zahlreicher von Vorbahn befestigten Städte befinden sich im Musee des Plans Reliefs im Hotel des Invalides in Paris. Die Sammlung geht auf die Zeit Ludwigs XIV. Zurück wurde nach 1668 auf Veranlassung seines Kriegsministers Louvois angelegt und seit 1700 im Louvre präsentiert. 1987 wurden 16 Modelle von Städten an der französischen Nordgrenze ins Palais des Boats nach Lille übertragen. Nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1871 waren 19 Modelle ins Zeughaus nach Berlin gebracht worden. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab Kaiser Wilhelm II. fünf Modelle an Städte im Reichsland Elsass-Lothringen, darunter das eindrucksvolle Modell von Straßburg, das im dortigen Historischen Museum ausgestellt ist. Die übrigen Berliner Modelle wurden 1945 bis auf dasjenige der Zitadelle von Lille zerstört. Für seine Verdienste als Festungsbaumeister und Feldherr wurden V-Bahn in Frankreich zahlreiche Denkmäler gesetzt. Das früheste öffentlich platzierte Monument ist eine Marmorskulptur von Charles Antoin Breiden im Schloss von Versailles. Sie wurde 1785 im Auftrag Ludwigs XVI geschaffen und ist Teil der Serie Grenz Hormes de la France. Fried-Erik Auguste Bartholdi entwarf das 1873 in Avalon enthüllte Denkmal. 1900 stellte man einen Abkurs der berühmten Porträtbüste von Antoin Keuse wo bei der Kirche Saint-Hilaire in Bad Soches auf. 1905 wurde eine Bronzestatue von Antoin Giot in Saint-Léga-V-Bahn gegenüber dem V-Bahn-Museum errichtet. Eine Statue des Marschalls, geschaffen von Henry Bouchard, steht seit 1959 am Hotel des Invalides in Paris. Weltkulturerbe im Jahr 2007 fanden unter dem Motto V-Bahn-Jahr 2007 in vielen Städten Frankreichs und Deutschlands Feierlichkeiten und Ausstellungen. Anlässlich des 300. Todestages-V-Bahn-Stadt. Zwölf mit V-Bahn verbundene Plätze in Frankreich. Dazu die deutsche Stadt Breisach am Rhein haben bei der UNESCO den gemeinsamen Antrag auf Aufnahme ins Weltkulturerbe gestellt. Am 7. Juli 2008 gab das Weltkulturerbe-Komitee dem Antrag statt. Faubens Geburtsort Saint-Léga-le-Fouché-Lé erhielt 1867 per Dekret Napoleons III. Zu Ehren des Marschalls den Namen Saint-Léga-V-Bahn. In Deutschland trug neben anderem auch die nach 1945 von den französischen Besatzungsstruppen übernommene ehemalige Wehrmachtskaserne in Freiburg im Breisgau-V-Bahn-Snamen. Nach dem Abzug der Franzosen 1992 wurde die Kaserne teilweise abgerissen. Ab dem Jahr 2000 entstand an ihrer Stelle das starke ökologisch ausgerichtete Stadtviertel V-Bahn. Der Europarat hat 1995 einem Kulturweg durch Luxemburg und Frankreich den Namen Die Rundwege von Wenzel und V-Bahn gegeben. Film V-Bahn Baumeister und Feldherr Dokudrama Frankreich Luxemburg 2011 85 MIN Buch und Regie Pascal Kisoud Produktion Arte Franz Les Mirois Melusine Deutsche Erstsendung 10. März 2012 bei Arte Filminformationen von Arte Das ist eine Runde. 8. 5. 5. 7. 7.